Ja, wir freuen uns auf die Möglichkeit, ein bisschen zu Hause zu bleiben, ein bisschen Spaß zu haben, aber auch, wir vermissen die ganze Bar bald, muss man sagen, und, ja, was noch? Ja, wir bereiten uns bei etwas ganz anders jetzt. Okay, viel Spaß! Also, unser Tipp für den Lockdown 2020 ist, zu Hause trinken mit den Jungs und den Spaß nicht verlieren und es geht weiter, ne? Ja, das ist auch mein Tipp. Okay, so, what I think about Lockdown, it's actually a good opportunity to stay at home I try to do the things that usually you don't have time to do, so, I don't know, you wanna do exercise, then you can do exercise, for example, or you wanna draw, that's what I like to do, and then I draw, that's what I do, or, actually, you drink a lot, that's another part of the lockdown, you drink a lot, but I liked it the last time, even if it was in a nice situation, so that's what I can say about it, yes, that's it. Thanks very much indeed, und deine Meinung dazu? Meine Meinung zu diesem, zu diesem Shutdown, ich nehm's einfach so, wie's kommt. Ich hab den letzten hingenommen, ich werd auch den hinnehmen, und solange ich das Gefühl hab, dass, dass ich aufgehoben bin, und solange ich meine Freunde immer noch sehen wollen, und dass dann in die Verantwortungskolome gegangen bin, bin ich immer zufrieden. Dankeschön! Vielen Dank! Have a nice day! You're welcome! You too! Have a nice night! I think, like, lockdown, the nature is actually giving you the time of getting your shit together. So, if you want to learn how to play guitar, learn it. If you want to dance, learn it. If you want to sing, learn it. If it's about learning German, like, learn it. It's actually time to get your shit together. You have now 24 hours, and even if you're, like, working or not working, if you're a student or anything, you still have plenty of time, and at this time, no one is going, you can't blame anyone for that. So, it's your time, just make most of it, and get your shit together. Fünf Masken, und dann sind sie frei. Also doppelt frei. Ne, fünfmal frei, Entschuldigung. Fünfmal frei. Also, fünf Masken übereinander, und dann kriegen sie richtig gut Luft. Dann haben sie auch noch das Coronavirus eingefangen quasi in sich selbst. Sie atmen das quasi so rein, dann müssen sie es fünfmal atmen, und dann sind sie infiziert. Dann sind sie quasi Corona-positiv. Ja, das ist eine ganz einfache Formel, die kann ich nur empfehlen, ne? Fürs Regime, äh, Entschuldigung, für die Kamera, äh, ne, für AD, äh, für ZDF, äh, für WDR. Auch gut. Ja. Sagt der Reporter, ne? Auch gut, sagt der Reporter. Darf eigentlich nicht sagen, weil der ist ja ganz objektiv, aber... Ich bin subjektiv und objektiv zugleich, wissen Sie? Äh, und das müssen Sie jetzt auf ARD spielen. Ne, ne, auf YouTube, äh, ne, bis gut, ah! Auch gut. Auch, alles gut. Alles gut. Alles gut, und, äh, ich empfehlen Sie direkt Einweisungen in das, äh, System. Und wo geht's noch hin? Ah, ich geh jetzt auch noch... Sie werden entführt. Ja, ich werde... Alles Gute. Vorm System, ne? Tschüss. Haha. Cool.